Lass uns zusammen Dipping-Nägel gestalten. Ich zeige dir die Anwendung für zu Hause, wie einfach das Ganze nachzumachen ist und natürlich zeige ich dir auch meine Tipps und Tricks, damit das Ganze gut hält. Die Nägel sollten natürlich wirklich gut vorbereitet sein, damit dann auch alles gut haftet. Das heißt, erst einmal die Nagelhaut zurückschieben. Lass dir hierbei auch genügend Zeit, denn das sollte wirklich ganz gründlich vorgenommen werden. Ich feile dann erst einmal die Form noch zurecht und außerdem entferne ich überschüssige Nagelhaut noch mit meiner Fräse. Du kannst hier aber auch etwas anderes benutzen. Es gibt auch einen Löser, den bekommst du in der Drogerie. Du kannst ihn dir natürlich auch bestellen. Ich kann ihn dir gerne auch unten verlinken, wenn du hier keine Fräse verwenden möchtest. Der Nagel wird dann jetzt auch noch gut anmatiert. Das sollte mit keiner groben Pfeile passieren, denn sonst kannst du deinen eigenen Naturnagel beschädigen. Nimm hier wirklich nur einen Buffer und buffere das Ganze einfach leicht an. Bevor wir jetzt mit dem ersten Produkt starten, solltest du die Nägel gut entstauben. Hierfür kannst du auch nochmal Cleaner verwenden oder einfach eine trockene Zellette, je nachdem wie du magst. Primer benutze ich jetzt für die Nagelseiten bzw. Ränder. Das trage ich wirklich nur an den Seiten auf. Das reicht auch völlig aus. Weiter geht es mit Basecoat. Den trage ich, wie du siehst, so eher in der Mitte auf und gehe dann nach vorne und nach hinten. Man hat meistens immer vorne so einen riesen Tropfen am Pinsel, deswegen fange ich nicht ganz von hinten an, dann läuft mir das nämlich sonst in die Nagelränder. Und wie du siehst, ich trage das auf dem kompletten Naturnagel auf. Ich lasse aber an den Seiten gut Platz. In der Kamera ist das hier jetzt nicht ganz so gut zu erkennen. Man denkt, ich gehe bis an die Haut ran, gehe ich aber nicht. Wirklich gut Platz lassen. Das ist hier meistens der größte Fehler, dass hier bis an die Haut rangegangen wird. Das ist ein sehr, sehr großer Fehler, denn dann platzt dir einfach alles super schnell ab. Mein Basecoat ist jetzt richtig aufgetragen und ich dippe jetzt direkt in das Basepowder. Ich verweile immer kurz, bevor ich den Nagel dann wieder herausziehe und erst einmal grob abklopfe. Das Ganze lasse ich jetzt wirklich erst einmal gut trocknen, bevor ich dann abpinsele, denn hier ist noch ziemlich viel Produkt oben und das kann man alles dann wirklich noch gut mit dem Pinsel entfernen. Nach dem Abpinseln schaut mein Nagel so aus. Hier ist wirklich eine leichte, dünne Basepowder Schicht drauf und wir können jetzt weiter starten. Jetzt tragen wir noch einmal den Basecoat auf. Auch hier solltest du mit dem Basecoat aufpassen, dass du nicht so weit an die Nagelseiten rankommst, also wirklich wieder gut Platz lassen. Da ist wirklich eine kleine Lücke, die erkennt man sehr, sehr schwer über die Kamera, aber sie ist da, denn sonst würde mir das Ganze einfach wirklich super schnell wieder abplatzen. Basecoat ist aufgetragen. Jetzt nehme ich mir mein Farbpowder. Ich habe hier ein wunderschönes Glitzerpowder. Dort dippe ich auch wieder direkt hinein. Es haftet jetzt wieder richtig gut am Nagel. Und du siehst, ich verweile kurz und klopfe dann das übergeschössige erst einmal ab. Lass es kurz antrocknen, bevor ich dann hier auch wieder abpinsele. Abpinseln solltest du auch ganz gründlich, damit du dann einfach deinen Pinsel nicht verunreinigst. Jetzt nehme ich mir wieder den Basecoat und trage ihn noch einmal in einer dünnen Schicht auf. Ich dippe jetzt nochmal direkt in das Farbpowder. Somit ist die Farbe einfach viel intensiver und du hast natürlich dann auch richtig starke Nägel. Mit den anderen Nägeln wird natürlich gleich verfahren. Hier trage ich auch jetzt wieder Basecoat auf das Basepowder auf und dippe dann natürlich auch zweimal in mein ausgewähltes Farbpowder. Die Produkte konnten jetzt erstmal gut trocknen. Jetzt nehme ich mir den Aktivator und trage den großzügig auf den Nägeln auf. Der sorgt dafür, dass alles nochmal richtig gut durchhärtet. Auch hier ein wichtiger Tipp, lasst den Aktivator richtig gut trocknen. Wirklich zwei, drei Minuten in Ruhe durchtrocknen lassen. Lieber noch etwas länger als zu kurz. Ich schnappe mir jetzt meine Pfeile und werde jetzt noch so ein bisschen die Nägel zurechtfeilen. Ich denke, ich habe ganz gut gearbeitet und muss hier gar nicht so viel feilen. Außerdem gehe ich dann nochmal mit dem Buffer drüber, damit einfach die harten Ecken und Kanten nochmal ein bisschen geglättet werden. Nach dem ganzen Befeilen die Nägel richtig gut entstauben. Staub ist auch immer so eine Ursache, dass es sein kann, dass deine Nägel nicht perfekt halten. Auf die, ich sag jetzt mal, gefeilten Nägel trage ich jetzt noch einmal den Aktivator auf. Das wird empfohlen, vor dem Feilen und nach dem Feilen aufzutragen. Somit sollen die Dipping-Nägel einfach noch viel, viel besser halten. Als Abschluss gibt es jetzt natürlich noch den Topcoat. Hier kannst du aussuchen, ob du einen Topcoat aus dem Dipping-Set nimmst. Der trocknet dann natürlich auch an der Luft. Das sieht auch immer wunderschön aus. Bei mir hält es auch gut und der Topcoat glänzt auch sehr, sehr gut. Was man aber auch machen kann, man kann auch ein Gel-Topcoat nehmen oder einen UV-Lack. Dann brauchst du aber am Ende eine Lampe. Aber die Möglichkeit besteht, dass man das auch nutzen kann, wenn man möchte. Topcoat dann gut trocknen lassen. Und das sind meine fertigen Dipping-Nägel. Mir gefallen sie wirklich richtig gut und bei mir hält es wirklich drei bis vier Wochen. Danach fällt es nicht einfach ab, sondern es sieht dann halt einfach nur rausgewachsen aus. Bei mir, wie gesagt, hält es wirklich sehr, sehr gut. Ich kann über meine Dipping-Nägel wirklich nicht meckern. Sehr gerne benutze ich das Dipping-Set von Do Nils. Ich habe aber auch schon so einige andere Dipping-Sets getestet, die auch gut sind. Aber das von Do Nils ist wirklich, finde ich persönlich, mit das beste Dipping-Set, was ich bis jetzt getestet habe. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao!